PULS DU INFORMALE Der spontane Meinungs-Podcast mit Ari und Meini Ist das eine Wahlurne? Hallo, hallo, Sebastian erst mal. Hallo, liebe ZuhörerIn. Hallo Ariane, hallo alle da draußen. Ja, also wir wissen ja nie, was passiert. Nie. Und jetzt sehen wir eine... Das generell nie im Leben. Ja gut, ist ja manchmal auch ganz gut, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt. Aber jetzt steht hier eine sehr schöne Wahlurne, finde ich. Sehr schön, aus Holz, so oldschool. Und eine Art, also Wahlzettel. Ach doch, ist ein Wahlzettel, guck mal. Ich guck erst mal rein. Hat doch keiner was gemacht. Es ist ein Wahlzettel. Hier steht drauf, wer soll Präsidentin bei DUO Informale werden? Ari, Meini, Mila. Mila sitzt in der Regie. Ja, ich sag Mila. Und Mila ist ja eine kluge Frau. Frau ist mir ja wichtig. Ja gut, dann bin ich ja schon mal raus. So, zack. Okay. Genau. Ich sage, aber wenn ich es werde, ist es blöd gegenüber dir. Und deswegen ist es für mich... Mila, mache ich jetzt ein Kreuz da? Ist es nicht geheime Wahl? Ich meine, wozu haben wir hier diese Urne? Ist geheime Wahl. Gut, ist geheim. Ich mache Kreuz mit Hand drüber. Ich war früher einmal mit meiner Mutter wählen, also als Kind, weiß nicht, da war ich... Also ich konnte auf jeden Fall schon lesen und dann hat sie mich mit in die Wahlkabine genommen. Bitte nicht. Oh nein. Und dann hat sie irgendwas angekreuzt und dann habe ich gesagt, was? Das will jetzt so ganz laut irgendwie... Weil ich meine, ich war keine Ahnung, wahrscheinlich sieben oder so. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das eigentlich alles bedeutet. Ja, aber als Siebenjähriger darf man doch mal wohl sagen, was man findet. Das ist meine Zukunft hier. Was? So, was ist das Thema? Demokratie? Das wäre natürlich jetzt sehr hochgehängt. Ich meine, könnte sein, ist aber ein weites Feld. Ist ein weites Feld. Weil, was sollen wir denn dann sagen? Demokratie, ja oder nein? Ich sage ja. Dann sage ich auch ja. Okay, diese Folge wird etwas kürzer. So, Mila, jetzt hau mal raus. Jetzt habe ich dich gewählt. Jetzt kannst du auch mal ein bisschen... Ari, das ist Wahlgeheimnis. Wir müssen erst auszählen, wer hier... Präsidentin geworden ist. Na gut, es gibt auch nur zwei Stimmen. Wollen wir das mal machen? Auszählen? Okay. Ari zählt aus, öffnet den Deckel in einer amtlichen Auszählung. Hier sind sechs Augen plus Sebastian bei mir. Oh, erste Stimme ist für... Mila. Mila. Okay. Zweite Stimme ist für... Mila. Oh, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Einstimmig. Nimmst du die Wahl an? Es ist mir eine große Ehre. Ach, toll. So, und dann kannst du uns ja mal erklären, worum es hier geht. Als erste Amtshandlung. Aber gerne. Frau Präsidentin. Deutschland ist eine repräsentative Demokratie. Sprich, wir wählen alle paar Jahre Parteien und VolksvertreterInnen, zum Beispiel in den Bundestag. Die sollen dort in unserem Sinne handeln, also beispielsweise Gesetze beschließen. Aber irgendwie finden das immer weniger Menschen in Deutschland so richtig gut. Nur ungefähr ein Viertel der Bevölkerung hält die repräsentative Demokratie für das beste Regierungsmodell. Das schlägt sich auch in der Wahlbeteiligung nieder. Bei der letzten Bundestagswahl 2021 sind nur knapp 77 Prozent der Stimmberechtigten zur Wahl gegangen. Bei der letzten Bayerischen Landtagswahl sah es ähnlich aus. Wenn man die Leute nach den Gründen fragt, warum sie nicht wählen gehen, sagen sie zum Beispiel, die Parteien würden ihre Wahlversprechen eh nicht halten. Und gerade junge Menschen kritisieren, dass die Politik ihre Sorgen und Interessen nicht wirklich ernst nehme. In Bayern und Hessen stehen diesen Herbst die nächsten Landtagswahlen an. Deswegen die Frage an euch, Ari und Meini. Warum sollten wir überhaupt noch wählen gehen? Ich finde, es ist ja vom Entertainment-Faktor, wir fangen mit dem Unwichtigen an, ein wahnsinnig schönes Gefühl, wählen zu gehen. Dann macht man sich morgens da fertig, an dem Sonntag. Irgendwie hat man das Gefühl, alle, naja, 77 Prozent der Bevölkerung, gehen wählen und wir bewegen was. Und dann gehst du da in die Schule. Kannst du mal wieder eine Schule von innen sehen? Also wann habe ich denn das letzte Mal eine Schule von innen gesehen? Ist doch toll. Und dann gehst du da in deine kleine Kabine und du merkst, es ist wichtig. Und wir machen das hier ganz genau. Und es ist einfach ein besonderer Tag. Und dann machst du da dein kleines Kreuzchen. Und danach gehst du mal schön frühstücken. Und das ist toll. Ja, und dann, das geht ja noch weiter, dieses Erlebnis, weil dann ist ja um 18 Uhr, da sitzt man dann vorm Fernseher zum Beispiel oder irgendwo am Internetticker und dann kommt die erste Hochrechnung oder nee, das ist erstmal eine Prognose um 18 Uhr. Und dann weiß man ja, okay, das ist ja ein bisschen auch wie beim Sport oder so, beim Fußball hat mein Team gut abgeschnitten. Und diesen Entertainment-Faktor, den sehe ich auch. Aber ich sehe natürlich auch, dass der alleine offensichtlich nicht Motivation genug ist. Und das darf ja auch nicht Motivation genug sein, weil eigentlich geht es ja inhaltlich um mehr. Und ich finde das eine sehr spannende und wichtige Frage heute. Und ich weiß jetzt schon, dass die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Weil es gibt auch viele Argumente, glaube ich, dagegen, weil die Leute, die bewusst nicht zur Wahl gehen, also nicht, weil sie einfach nur irgendwie keinen Plan haben oder so, die haben schon auch Argumente. Absolut. Am Ende muss ich leider sagen, gibt es einige Punkte auf der negativen Seite, die lasten so schwer, dass ich am Ende, kleiner Spoiler, denke, es ist doch einfach zu sagen, ey, Alter, geh wählen. Aber ich bin auch nicht am Ende dieser Stunde angelangt. Wir lernen ja hier immer was dazu. Vielleicht ändert sich ja mein Bild noch. Ja, also ich hoffe natürlich nicht. Das wäre natürlich irgendwie... Das stimmt, wieso machen wir das eigentlich? Es ist alles möglich natürlich in diesem Podcast, weil wir wissen nicht, was am Ende rauskommt. Aber es wäre schon irgendwie fatal, wenn man am Ende rauskommen würde. Ach nee, eigentlich haben die recht. Ich meine wirklich an anderen Plätzen auf der Welt, wo es noch keine Demokratie gibt, da gehen die Leute auf die Straße, das ist noch die kleine Ebene, da ziehen die Leute eigentlich in den Krieg, die machen einen Aufstand, um Demokratie zu bekommen. Und hier haben wir es und haben uns auch, glaube ich, daran gewöhnt und sind so ein bisschen, ja, wissen das vielleicht nicht mehr so zu schätzen, dass das eigentlich bei allen Problemen, die es gibt und allen Schwächen im System, dass das eigentlich eine ziemliche Errungenschaft ist, die wir haben. Und letztendlich ist das Wahlrecht ja was ganz, ganz Zentrales, weil das ist das Ding in der Demokratie, wo du deine Macht als Wählerin oder als Wähler ausüben kannst. Und das, glaube ich, muss man manchmal so ein bisschen im Hinterkopf haben, weil wir uns, wenn man sich an Dinge gewöhnt, der reiche Mensch, der kann irgendwann auch sich so an den Reichtum gewöhnt haben, dass das gar nichts mehr Tolles für ihn ist. Und vielleicht ist es mit uns allen, mit der Demokratie auch so, wir sind so aufgewachsen. Man wird zu satt. Und ja, man ist zu satt. Ich glaube, an der Stelle ist es mal ganz interessant, sich anzuschauen, wer eigentlich wählen geht, beziehungsweise wer nicht wählen geht. Da gibt es ein paar Studien dazu und die haben gezeigt, dass Personen mit höherem Bildungsniveau mit größerer Wahrscheinlichkeit wählen gehen als Personen mit niedrigeren Bildungsniveau. Es ist auch so, dass ältere Menschen mit einer größeren Wahrscheinlichkeit als jüngere Menschen wählen gehen. Und generell Arbeitslose und Menschen mit geringerem Einkommen, schlechterer Bildung oder auch Berufen mit niedrigerem sozialen Status gehen viel seltener wählen als Menschen, denen es materiell oder Arbeitsplatz oder bildungstechnisch besser geht. Bei der Bundestagswahl 2017 war die Wahlbeteiligung eben von Menschen mit Migrationsgeschichte etwa 15 bis 20 Prozent niedriger als bei Deutschen ohne Migrationsgeschichte. Kann ich alles verstehen. Ja und nein. Also ich kann das schon auch verstehen, aber eigentlich ist es ein bisschen paradox, dass es den Menschen, denen es sozusagen etwas schlechter geht, also beispielsweise Menschen ohne Arbeit, die ja ein Bedürfnis haben, dass man ihnen hilft, dass die dann am Ende weniger wählen gehen und damit nicht so repräsentiert sind wie diejenigen, denen es gut geht und die dann vielleicht auch eher die Parteien wählen, die dafür sorgen, dass es denen weiterhin gut geht und vielleicht die anderen gar nicht so im Blick haben. Ja, ich glaube, es liegt daran, dass die Leute das Gefühl haben, ich bin tatsächlich nicht im Blick und deswegen, wenn ihr euch nicht für mich interessiert, dann interessiere ich auch mich nicht für euch. Das ist natürlich leider ein Trugschluss, der dann, glaube ich, ziemlich hart in der Zukunft um die Ecke kommt. Ja, auch das mit der Altersverteilung. Also an alle jungen Menschen da draußen, die überlegen, nicht wählen zu gehen, überlegt euch das besonders gut, weil die Alterspyramide in Deutschland ist sowieso aus junger Sicht ungünstig. Es gibt mehr und mehr alte Menschen. Es ist ja toll, dass Menschen alt werden und gesund und wunderbar. Also ich gönne jedem alles und seine Rente, alles cool. Aber natürlich, die haben, glaube ich, auch, weil das so gelernt ist, man geht zur Wahl und die haben vielleicht auch noch so ein anderes Pflichtbewusstsein, so von wegen, ja, man muss das irgendwie auch machen. Und die gehen da eben hin und werden ja auch als WählerInnengruppe sehr, sehr ernst genommen von den Parteien. Und junge Menschen vielleicht nicht ganz so. Und wenn die dann auch noch weniger im Verhältnis zur Wahl gehen, die sind eh schon weniger und gehen dann auch noch weniger zur Wahl, ich meine, dann wird sozusagen, wird die junge Stimme immer, immer kleiner insgesamt. Und das ist, glaube ich, ein Problem und vielleicht auch ein bisschen ein Problem, was nicht allen so bewusst ist, dass gerade die Jungen oder gerade die, die unterrepräsentiert sind von der Anzahl, dass die unbedingt eigentlich hingehen müssen, weil so, sonst werden sie ganz vergessen. Ich habe tatsächlich gerade eine PULS-Reportage zu dem Thema gedreht, die ist jetzt, ich weiß gar nicht genau, wann wir das jetzt hier veröffentlichen, aber die könnte jetzt demnächst online stehen zur Bayerischen Landtagswahl. Und da ging es tatsächlich um NichtwählerInnen. Mit denen wollten wir ins Gespräch kommen und warum die nicht wählen. Und da haben mir viele eben auch einmal so gesagt, ja, sie sind mit vielen Themen unzufrieden, aber sie wissen auch oft gar nicht so genau, was die Politik eigentlich alles regelt. Da ist es vielleicht auch ganz spannend, mal kurz Julian von Löwes zuzuhören. Das ist unser BR-Landtagskorrespondent. Und der verrät uns, welche Rolle der Landtag im Leben von uns BürgerInnen spielt. Vielleicht ohne, dass wir es überhaupt wissen. Es gibt tatsächlich viele Bereiche, die uns jeden Tag begegnen. Zum Beispiel die Bildung. Da geht es bei den Kitas los, über die Schulen bis zu den Universitäten. Aber auch die Sicherheit, die Landespolizei. Das ist Landesaufgabe, wie es ja schon heißt. Aber auch die Gesundheitsversorgung, die Krankenhäuser und eine ganz wichtige Aufgabe, die Rettungsdienste. Das ist wirklich Aufgabe des Freistaates Bayern. Und das andere, das war so genau dieses Argument mit eine Stimme. Eine Stimme ist gar nichts. Und tatsächlich gab es bei einer Landtagswahl nicht in Bayern, sondern, wo war das? Ich muss, es war irgendwo im Norden, Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, oder so. Das müsste ich jetzt, das müssten wir vielleicht nochmal überprüfen. Aber auf jeden Fall, da hing es dann am Ende, ob die FDP in den Landtag einzieht. Also wie man auch immer dazu steht, ist ja wurscht. Aber ob sozusagen diese Partei die 5%-Hürde schafft, in den Landtag einzieht oder nicht. Das hing am Ende, ich meine, es waren 73 Stimmen. Und wenn dann einfach nur 73 Leute denken, ach nö, meine Stimme zählt ja nichts, dann geht diese ganze Wahl anders aus. Kleine Korrektur meine ich an der Stelle. Es war nicht bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, sondern bei der in Thüringen 2019. Ich muss aber auch sagen, wenn du in diesem Land wohnst und du hast das Gefühl, es läuft irgendwas schief und am Ende vielleicht sogar noch nicht für dich gut, dann hast du die Pflicht, wählen zu gehen, weil das ist der Deal. Also du kannst, finde ich, schwer sagen, ich finde gerade irgendwas ist richtig blöd in diesem Land. Und wenn jemand sagt, ja, wem würdest du es denn anvertrauen, dass es besser wird? Mein Sonntag. Ich verstehe total, dass man unzufrieden mit der Politik ist und ich will auch nicht missverstanden werden. Ich möchte jetzt hier, wenn ich ein bisschen Werbung fürs Wählen mache, was ich auch wirklich ernsthaft und aufrichtig aus Überzeugung mache, weil ich die Demokratie für das beste Modell halte, was wir haben. Aber alles ist ein Kompromiss. Und man kann mit der Politik, so wie sie ist in Deutschland, bestimmt sehr unzufrieden sein und auch zu Recht. Und darüber kann man vielleicht auch noch reden, was man da vielleicht irgendwie ändern könnte. Aber jetzt erst mal, wenn ich als Einzelperson vor der Entscheidung stehe, ich kann einfach wählen gehen oder es lassen. Dann denke ich so, dann geh doch bitte wählen, weil dann tust du zumindest noch mehr für die Demokratie, als wenn du es einfach nicht tust, weil dann entscheiden andere für dich. Und es ist ja auch so ein bisschen der Punkt, wenn du, also dass man jetzt sagt, vielleicht ist, nee, anders, die Erwartungshaltung vielleicht von uns an die Politik ist manchmal auch vielleicht sogar ein bisschen übertrieben, weil was sollen sie machen? Es gibt so ganz komplexe Probleme, die oft Deutschland alleine nicht mehr lösen kann, nehmen wir die Klimakrise. Also das ist so komplex, das muss eigentlich die ganze Welt oder mindestens die halbe zusammen machen. Gut sein im Sinne von hundertprozentig gut. Du siehst ja auch, wie unterschiedliche Interessen sind. Die einen sagen, es ist viel zu wenig, die anderen sagen, es ist viel zu viel. Und da glaube ich, also man muss, glaube ich, damit leben in einer Demokratie, dass man sich nur so näherungsweise einem Problem und einer Lösung nähern kann und dass es für die allermeisten nie die perfekte Lösung gibt, weil es gibt immer nur Kompromisse. Welche Gründe nicht WählerInnen anbringen für ihr Nicht-Wählen? Vor der letzten Bundestagswahl 2021 wollte das ZDF nämlich wissen, warum Menschen nicht wählen gehen und haben dann auf Ex, also früher Twitter, UserInnen unter dem Hashtag, warum ich nicht zur Wahl gehe, da haben die UserInnen eben gesagt, warum sie das nicht machen. Da hat unter anderem Paul getwittert. Keiner der etablierten Parteien ist wählbar. Wahlversprechen dienen tatsächlich nur dem Zweck gewählt zu werden. Interesse, diese umzusetzen, gibt es bei keiner der Parteien, die in den letzten 25 Jahren regiert haben. Ich nirgte das auch total, dass immer vorher alle so tun, also das ist ja auch eine falsche, also aus meiner Sicht eine falsche Ansprache der Politik, weil sie so tun, als würden sie das machen. Und sie wissen ja schon in dem Moment, jeder halbwegs aufgeklärte Mensch weiß, nein, das kannst du gar nicht tun, weil du musst eine Koalition bilden, du musst einen Vertrag bilden, dann werden so viele Kompromisse gemacht und am Ende kommt irgendein Murks raus. Das fällt mir schon auf, dass man eigentlich schon weiß, ja, ja, klar, dann schreibt ihr da aufs Plakat irgendwas. Achterbahn statt Stadtbahn. Genau, und natürlich kommt das hinterher nicht. Und am Ende kommt die Achterbahn gar nicht. Genau, nur die blöde Stadtbahn. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Nee, also das kann ich schon nachvollziehen, diesen Kritikpunkt. Und ich finde auch, dass die Politik natürlich zu sehr in diesen Wahlzyklen denkt. Also es ist ja oft so, jetzt in Bayern, jetzt ist ja bald Landtagswahl, also das ist jetzt ja schon, also Anfang Oktober ist die Landtagswahl. Und natürlich, diesen ganzen Sommer geht überhaupt nichts mehr. Da wird politisch ja überhaupt nichts mehr gemacht, weil alles nur noch unter diesem Wahlkampf-Motto ist. Und also im Prinzip lähmt sich die Politik immer selbst, weil sie eigentlich irgendwann anfangen, in den Wahlkampfmodus zu schalten. Ständig ist irgendwo eine Landtagswahl und dann ist das wieder wichtiger, wiedergewählt zu werden. Und die Sachpolitik, die leidet darunter. Und gerade bei so großen und langfristigen Problemen müsste man ja eigentlich Politik auf 20, 30 Jahre machen. Da müsste, irgendwie müsste man das System doch insoweit verändern, dass, vielleicht auch über so Begrenzung, also, dass so ein Kanzler oder Kanzlerin oder MinisterInnen, dass die halt nur eine bestimmte Jahre oder so das machen dürfen. Da ist auf jeden Fall ein Hebel dran, egal wie man das jetzt genau löst. Aber glaube ich schon, dass man da was machen könnte, dass die Leute, die PolitikerInnen, nicht so getrieben sind von der nächsten Wiederwahl. Und deswegen auch so kurzfristig denken. Also jetzt ein schneller Erfolg sozusagen oder eben, wir machen jetzt besser nichts, weil dann ist das ein Riesendrama und erregnen sich alle auf, dann werden wir nicht wiedergewählt. Er verhindert ja auch so langfristige Projekte eigentlich. Weil wenn du dich nicht mehr traust, die ganz großen Sachen anzufassen, weil du dann denkst, okay, dann werde ich jetzt nicht wiedergewählt. Ja, dann macht ja niemand Politik für die Zeit in 20 Jahren. Absolut. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich PolitikerInnen zuhöre, ich glaube, also ich möchte die allen Schutz nehmen, nicht alle, ich möchte die meisten in Schutz nehmen. Ich glaube, das ist ein sehr harter Job, in dem du immer streiten musst. Du musst immer Gegenwind aushalten. Du musst immer nach vorne gehen. Ich glaube, das ist einer der stressigsten Jobs, die du überhaupt haben kannst. Du kriegst selten Lob, du kriegst oft von irgendwelchen Seiten, ob das feindliche, man möchte fast sagen, feindliche Parteien sind oder vom Volk, irgendwo hier und da eine Rüge. Aber was mich wirklich langweilt, fast schon, ist, wenn ParteivertreterInnen sich austauschen, geht es oft darum, ja, aber damals, die CDU hat das gemacht, deswegen können wir das jetzt nicht. Achso, das war aber hier Schröder noch, wissen Sie schon noch. Ja, ja, absolut, genau, war das nicht noch im letzten Jahr? Also, wo man sich wirklich denkt, oh Leute, und es gibt nie Antworten, wollen Sie das ja oder nein? Ja, ich möchte das, sondern, na, das muss man jetzt auch so sehen, denn gerade 2007 haben wir, und du denkst, sag doch einfach, was du meinst. Und das ist natürlich, das kann ich verstehen, das wird dir am nächsten Tag in sämtlichen Zeitungen, in sämtlichen Stammtischen um die Ohren gehauen, was du da gesagt hast, wenn du ganz konkret antwortest. Aber ich glaube, das führt zu ziemlich viel Politikverdrossenheit, weil du dir denkst, also, das war eine ganz klare Frage, wir interessieren uns dafür, du möchtest uns vertreten, sag doch, was du möchtest, weil sonst kann ich dich auch nicht wählen, wenn du überhaupt nicht greifbar bist. Vielleicht sind ja auch die Parteien das Problem, also, dass die Parteien mittlerweile, also, dass mittlerweile, ich weiß nicht, ob es früher anders war, aber heute ist es so, dass die Parteien fast eine zu starke Rolle spielen. Wenn wir beide jetzt in die Politik gehen wollen würden und mit Ambitionen und so weiter richtig so Bundestag und so. Ja, das wären die besten zwei Wochen unseres Lebens und dann ist die Ambition, oder sowas von fähig. Genau, dann wäre die Ernüchterung groß. Ohne, ohne dass wir in eine Partei gehen und das über die Parteikarriere machen, werden wir das nicht schaffen. Null. Werden wir nicht schaffen. Das heißt, eigentlich ist ja die Idee einer Demokratie und einer repräsentativen Demokratie, alle können sich da engagieren, können sie auch, aber ohne den Umweg, oder das heißt Umweg, ohne den Weg über die Parteien geht es nicht. Und natürlich hast du dann sofort sowas, okay, du bist jetzt in der SPD, du bist in der CDU oder wo auch immer und natürlich musst du dich dann so ein bisschen dieser ganzen Partei Linie unterwerfen und dann macht einer da die Ansage und so und dann ist das irgendwie so und deswegen sitzen die da in den Talkshows und verteidigen einfach das, weil die andere Partei macht das falsch und unsere Partei macht das richtig. Und das ist eigentlich gar nicht meine Meinung. Genau, und es wäre doch viel schöner, mein Parteichef hat gesagt, ich soll das sagen, oh Gott. Es wäre doch viel schöner, wenn sie zwischendrin sich mal in den Arm liegen würden und einfach sagen würden, wissen Sie was, das ist eine gute Idee, da haben Sie einfach mal recht, das machen wir jetzt zusammen. Das machen wir zusammen. Weil es kann doch nicht sein, also der gesunde Menschenverstand, der sagt doch eigentlich, es kann nicht sein, dass du immer nur Scheißideen hast und ich immer nur gute oder andersrum. Das ist unmöglich. Du hast mal Scheißideen, aber ich auch und ab und zu haben wir mal eine, wo wir denken, Mensch, auf die können wir uns einigen, die finden wir beide gut. Das darf nicht sein. Nein, das darf nicht sein, weil du in einer anderen Partei bist. Und das ist ja eigentlich der Scheiß. Total. Ihr habt ja jetzt gerade schon diese herausragende Rolle der Parteien so ein bisschen betont. Also daraus rekrutiert sich ja das ganze politische Personal. Wie setzen sich denn diese Parteien eigentlich zusammen? Also wer ist Mitglied in so einer Partei? Und da zeigt sich, dass in allen Parteien Frauen, Menschen unter 30 und Personen mit niedriger Bildung unterrepräsentiert sind. Im Gegensatz zu Personen mit höherer Bildung sowie BeamtInnen und Angestellte im öffentlichen Dienst. Und Gleiches gilt eben auch für Menschen mit Migrationsgeschichte, queere Personen und Menschen mit Behinderung. Es ist ja offensichtlich statistisch nachgewiesen, dass ich sage mal, das ist zwar ein bisschen ein schwammiger Begriff, aber dass so eher die Mitte bis gehobene Mitte der Bevölkerung, das sind die Schichten, wo die PolitikerInnen im Bundestag herkommen. Und warum ist das so? Naja, warum gehen auch Leute mit einer geringeren Bildung, mit sozusagen sozialen Problemen, Arbeitslosigkeit und so, warum gehen die weniger wählen? Vielleicht auch ein bisschen, sie haben so gefühlt persönlich andere Probleme in ihrem Leben erstmal zu lösen. Wissen vielleicht auch natürlich im Detail nicht so genau Bescheid. Wenn es dann um Migrationshintergrund oder so geht, wer weiß, sind vielleicht auch noch die Lebenswelten so anders, dass man das gar nicht so aufgewachsen ist, so mit, hey, wir gehen zur Wahl oder so. Weil Eltern haben vielleicht keinen deutschen Pass, da war das dann nie ein Thema oder das kann ja alles sein. Also und wenn diese Leute sozusagen deswegen aufgrund ihrer Lebensumstände schon eher dazu tendieren, nicht zur Wahl zu gehen, dann ist natürlich erst recht logisch, dass die nicht dazu tendieren, in die Politik zu gehen. Und eigentlich müssten ja diese Leute in die Politik. Und so war ja die Idee. Genau, so ist ja die Idee. Von Demokratie. Aber wenn du kandidierst als jemand, der eh keine Kohle hat und gerade keine Arbeit hat und dann geht das noch schief, dann hast du schon wieder irgendwie Zeit investiert und Geld investiert, das du vielleicht gar nicht hast und so. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem. Also vielleicht, ich weiß auch nicht, wie man, aber da muss es doch kreative Ideen geben mit so, wie so Green Cards oder so. Quoten. Ja, also weiß ich auch nicht. Kann man nicht irgendwas einführen, dass man sagt, okay, also wir, wie so bei, wenn man als Wahlhelfer, da wirst du ja auch so ausgelost. Kleiner Einschub, WahlhelferInnen, die werden nicht ausgelost, sondern man meldet sich dafür. Echt? Gott sei Dank. Genau, es gibt immer wieder Aufrufe zu Landtags- und Bundestagswahlen, dass BürgerInnen sich doch bitte freiwillig melden sollen. Da kriegt man auch eine kleine Aufwandsentschädigung zum Teil. Aber wo ist das, dass man ausgelost wird? Ist das bei den Schöffen? Schöffen, ja. Bei den Schöffen. Da habe ich ja richtig Schiss. Gut. Okay, haben wir geklärt. Die Frage ist ja, dieser Folge, warum sollten wir überhaupt noch wählen gehen? Und ich glaube, dafür ist es wichtig, sich auch nochmal anzuhören, welche Gründe die NichtwählerInnen haben. Und ich habe es ja vorhin gesagt, hier dieser Twitter-Aufruf 2021 zur Bundestagswahl, da kam auch unter anderem diese Nachricht rein. Warum sollte ich zwischen Pest und Cholera wählen? Solange die Industrie beziehungsweise die Wirtschaft den Kurs vorgibt, brauche ich doch nicht der Lakaien das Leben versüßen. Wer gewählt werden möchte, sollte auch was zu sagen haben und nicht nur nachplappern. Ja, finde ich etwas fatalistisch. Also ich meine, wenn ich das glaube, und ich glaube das nicht, dass alles eh nur gelenkt ist und sowieso irgendwelche Mächte, sei es jetzt die Wirtschaft oder die Industrie, also wer soll das sein? Natürlich gibt es starke Lobbyisten und die sind auch zu stark und das Lobbyregister ist nicht richtig. Also ja, können wir lange drüber diskutieren und stimmt auch, glaube ich, vieles. Aber ich glaube nicht, dass es so ist, dass hier alles nur von irgendwelchen ganz mächtigen Menschen oder vom Geld und der Industrie gelenkt wird. Vieles, wahrscheinlich zu vieles, aber nicht alles. Und ich frage mich dann halt einfach, okay, ist die Konsequenz, wenn du glaubst, andere haben zu viel Macht, dass du das kleine bisschen macht, was du hast, auch noch dahin wirfst? Ist das die Antwort? Also was soll daran die Antwort sein? Also das ist ja nichts besser. Dafür wird der Sebastian schon ein bisschen Leidenschaft. Hier kommt jetzt. Aber jetzt sind wir natürlich wieder negativ, natürlich auch zu Recht, weil das sind ja echte Kritikpunkte. Aber andersrum, nochmal auf diesen Punkt zu kommen, also ich würde jetzt nicht jeder Politikerin und jedem Politiker unterstellen, dass sie nur im eigenen Interesse, im Interesse der Industrie oder irgendwie arbeiten, sondern man muss, glaube ich, auch sehr viel aufgeben an persönlichem Leben, wenn man diese Karriere macht. Das macht man, glaube ich, oder zumindest die allermeisten machen das nicht einfach so, weil sie irgendwie geldgeil sind oder weil sie von irgendwem gesteuert werden, sondern weil sie ein echtes Anliegen haben. Und es wird ja auch was gemacht. Also man kann jetzt, man kann ja auch diese Dinge, ich meine, jetzt haben wir das, wir hatten das 9-Euro-Ticket, jetzt haben wir das Deutschland-Ticket. Man kann sagen, ja, das ist trotzdem, 49 Euro ist zu teuer und bald wird es noch teurer und so. Ja, es ist immer ein Kompromiss, aber das gibt es jetzt. Ja. Das ist auch nicht vom Himmel gefallen. Der Laden läuft ja in, also die Karre fährt. Und also es passieren ja ab und zu auch noch Dinge, die unser Leben tatsächlich auch positiv verändern. Und ja, also deswegen glaube ich, darf man jetzt auch nicht der Überzeugung sein, dass alle nur das machen, was sie selbst wollen oder was irgendwie eine geheime Industrie ist. Ja, okay. Aber was ist deine Alternative? Was viele ja wollen, ist dann so direkte Demokratie, also so Volksentscheide. Oh Gott. Also ja gut, also ich meine, die Schweiz macht das ja. Die Schweiz ist natürlich auch viel kleiner. Ich finde das auch nicht uninteressant. Erstmal so als Modell. Ich glaube nur, was man im Kopf haben muss, ist, was ja theoretisch, das theoretisch unterstreiche ich jetzt ganz dick, weil ich weiß, in der Praxis ist es vielleicht nicht immer so, dass theoretisch die repräsentative Demokratie vielleicht auch mal die richtigen, unpopulären Entscheidungen treffen könnte. Ja. Also deswegen weiß ich nicht, ob sozusagen, ob das wirklich immer das Beste ist, aber ich will es auch nicht so vom Tisch wischen, weil vielleicht würde es auch total helfen, bei bestimmten Punkten Volksentscheide zu machen, um so wieder das Vertrauen in die Demokratie zu stärken und zu sagen, hey, ich kann da wirklich mal mit entscheiden, ob wir jetzt hier den neuen Flughafen bauen oder nicht. Bitte nicht Flughafen. Okay, sorry. Ich weine gleich wegen Tegel. Ich bitte dich, das ist eine kleine Ergänzung zur Schweiz. Das Modell der Schweiz ist kein Gegenentwurf zur repräsentativen Demokratie, sondern eine Ergänzung. Also das ist so, dass die Schweizer Bevölkerung bis zu viermal pro Jahr über insgesamt rund 15 sogenannte eidgenössische Volksabstimmungen abstimmen können, dürfen, sollen. Also das ist jetzt nicht der Reinentwurf einer direkten Demokratie. Und was ist das? Ist das quasi Lahnöffnungsgesetz Sonntag, ja oder nein? Oder ist das, wir stoßen das Kanton Uri ab? Die Schweizer Volkspartei hat neulich erst darüber abstimmen lassen in einem Volksentscheid bezüglich der Migrationspolitik. Und da hat das Volk tatsächlich so entschieden, dass jetzt ein Gesetz geschrieben werden muss, durch das MigrantInnen schneller abgeschoben werden können. Ui. Ja gut, das hat schon Gewicht. Genau, auf jeden Fall, sie entscheiden per Volksentscheid auch über wichtige Dinge, also nicht nur so Pille-Palle. Was hier erstmal finde ich, was ist, also ich will das gar nicht so werten, sondern einfach nur, es ist ein starkes Mittel, was die da haben. Mächtig. Es zeigt aber auch, finde ich, bei diesem konkreten Gesetz so ein bisschen auch die Gefahr, also ich meine, das kann man ja auch, ich bin jetzt auch nicht in der Schweiz, das kann man vielleicht auch für richtig halten, meine Tendenz ist eher, ich halte das jetzt nicht so für richtig, aber darum geht es jetzt gar nicht, es geht ja um das Prinzip und ich glaube, das zeigt oder könnte zeigen, dass natürlich so ein Volksentscheid eher dazu führt, dass man die aktuell populäre, dass die aktuell populäre Meinung sich durchsetzt. genau, ich finde, eine große Gefahr, muss man zusammenrechnen mit Volksentscheiden. Vor 25 Jahren unterstelle ich, dass alle mehr oder weniger die gleichen Informationen hatten, wenn sie unabhängige Medien konsumieren. Jetzt gibt es Social Media, keiner checkt mehr oder wenige checken, oder sagen wir mal so, du kannst dich dafür entscheiden, ob du Fakten oder Geschichten selber nochmal verifizieren möchtest, um, dass du weißt, das ist die Wahrheit, oder ob du durch Algorithmen oder deine eigene Vorliebe in einen Sumpf der Meinungsmache sozusagen schwimmst, dass du tatsächlich das Gefühl hast, nee, es gibt den Klimawandel nicht. Greta ist die Ausgeburt des Teufels und ich muss da wirklich was gegen machen. Und wenn das quasi der Fall sein kann, weil wir meiner Meinung nach Social Media überhaupt nicht im Griff haben, ist es sehr schwer, tatsächlich eine, ich möchte es jetzt sagen mal, Schwarmintelligenz aufrecht zu erhalten, um, dass man sagt, jeder hat die gleiche Information, jeder konnte sich ausführlich eine Meinung bilden, hat Wahrheiten zur Hand bekommen. Ach ja, und da möchte ich nochmal, wo wir gerade dabei sind, ja, einen kleinen Rückblick starten. So weit ist er gar nicht zurück. Wir haben eine Social Media Folge gemacht. Social Media abschaffen, jetzt oder nie, war mehr oder weniger die Frage. Und da haben wir auch lang und breit darüber diskutiert und am Ende einen sehr interessanten jungen Mann kennengelernt, der eine ganz tolle Geschichte und eine ganz tolle Lösung für alles hatte. Ja, und der war kein Volksentscheid. Nein. Nein, aber tatsächlich, ich, also ich sehe es wie du, aber ich würde jetzt das Mittel des Volksentscheides, würde ich jetzt vielleicht trotzdem mal so im Hinterkopf behalten. Total gute Sache, ja. Weil ich glaube, man muss nur vorsichtig sein, wie man es einsetzt und für welche Themen, aber so als Mittel, um Leute wieder dichter an die Demokratie ranzuholen und denen mehr das Gefühl zu geben und ja, nicht nur das Gefühl, sondern tatsächlich den Zettel und den Stift in der Hand und Kreuzchen machen. Hey, du kannst ja jetzt mitentscheiden. Und vielleicht haben die Leute dann zu Recht das Gefühl, okay, wir werden gefragt und wir können bei den Themen, die unser alltägliches Leben betreffen, da können wir mitentscheiden. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen der Unterschied zu so einem Migrationsgesetz. Weil die, die da abgeschoben werden, die haben bestimmt keine Stimme. Nein, die haben keine Stimme, die können ja dann nicht wählen. Die können auch nicht mitmachen. Das heißt, vielleicht schon ein echt schwieriger Grenzbereich, aber wenn es sozusagen fast jeden und jede betrifft, plakatives Beispiel, sollen wir jetzt irgendwie mehr Geld für staatliches Geld für die Kinderbetreuung ausgeben oder für XY was anderes. Ich habe mal eine Frage und zwar könnte man das kurz mal recherchieren. Ich meine, mein geliebter TXL, der Flughafentegel in Berlin, wurde ja wegen dem BER, dem Ding, ich sage Stück, ich sage jetzt nicht das Adjektiv dazu, eingetauscht, möchte ich fast sagen. Und dann gab es einen Volksentscheid. Soll Tegel bestehen bleiben, ja oder nein? Also 2017 fand in Berlin parallel zur Bundestagswahl ein Volksentscheid über den Weiterbetrieb des Flughafens Berlin-Tegel statt. Nach dem offiziellen Ergebnis sprachen sich 56,4 Prozent der TeilnehmerInnen für den Weiterbetrieb aus. Weil der Volksentscheid keinen Gesetzentwurf zum Inhalt hatte, ist das Abstimmungsergebnis rechtlich aber nicht bindend gewesen und im Juni 2018 entschied das Abgeordnetenhaus Berlins das Zitat, der mit dem Volksentscheid Berlin-Brauch-Tegel gefasste Beschluss vom Senat nicht umsetzbar ist. So und da sage ich, also das ist jetzt wichtig. Jetzt wird es richtig wichtig. Fliegen ist scheiße für das Klima. I know. Fliegen ist scheiße für die Natur, für die Pflanzen, für die Tiere, für die Menschen, die da drum wohnen. Ja, ich bin für das Kämpfen gegen Klimawandel, aber ich liebe auch diesen Flughafen und ich komme jetzt damit klar. So, was ich jetzt aber daran nicht gut finde, ist, du machst einen Volksentscheid, was eine gute Idee ist, um dass das Volk vielleicht wieder das Gefühl hat, ah, wir werden gefragt, wir werden gehört, ich kann was mit entscheiden, alles cool. Dann ist das positiv im Sinne von, wir wollen Tegel behalten und dann sage ich 56%. Ja, genau. Und dann wird gesagt, wegen Fehlern, ja, ja, doch nicht. Sorry. Das ist natürlich auch nicht zuträglich, unabhängig davon, dass das sehr wahrscheinlich eine vernünftige Entscheidung ist und das andere wäre unvernünftig gewesen, aber das als Mahnmal. Du kannst nicht das Volk ins Boot mit reinholen und dann sagen, so, ihr Ruderthema, aber ich nehme die Jacht nebendran, tschau Leute. Also das geht auch nicht. Dazu habe ich zwei Dinge zu sagen. Erstmal ist es ja ein gutes Zeichen, dass obwohl du so einen engagierten Vortrag hältst, dass in der Politik offensichtlich nicht all das umgesetzt wird, was gut situierte Berliner Leute mit Luxusproblemen was die wollen. Wie lange das dauert, bist du da rausgefahren? Ihr kriegt eben auch nicht alles, was ihr wollt. Von jetzt zum Entscheid hier, zum Volksentscheid. Ich glaube, das spricht jetzt, also das ist natürlich Kacke, ist klar, aber das spricht jetzt nicht grundsätzlich gegen das Tool vom Volksentscheid. Das ist ja die Art und Weise der gesetzlichen Ausgestaltung. Wenn das im Gesetz so richtig verankert wäre, was weiß ich, was man da machen muss, Grundgesetz und so weiter, der steht drin, Bums. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Zweitens, Tegel kommt ein Flughafen ins Grundgesetz, aber der Volksentscheid könnte ja ins Grundgesetz... Da sage ich, warum nicht? Das geile Selig. Da sieht man, da sieht man mal. Tegel, ich liebe dich. Deswegen kommen wir nicht weiter in der Politik, weil am Ende, wenn die Leute persönlich betroffen sind und nur wenn sie in einen scheiß Flughafen verliebt sind, dann machen sie ein Gewäse darum und dann wollen sie dieses Thema umsetzen, auch gegen jede Vernunft. Tegel rückbaut. An dieser Stelle... Nein, Ari, ich muss da jetzt kurz mal... Ich muss da kurz reingehen. Mila ist Präsidentin. Mila ist gewählte Präsidentin. Ich muss da jetzt mal kurz weg von deiner... Ich kann deine Gefühle und hier diese Ego-Nummer kann ich ja nachvollziehen. Aber vielleicht sollten wir an der Stelle auch nochmal dran denken, wenn man wählen geht, dass man ja auch nochmal für andere Leute wählen geht. Absolut. Ich sag ja unvernünftig. Es gibt nämlich auch Leute in Deutschland, die leben hier schon ewig. Die arbeiten hier, die zahlen Steuern, die sind hier verwurzelt. Aber die dürfen bei Bundestagswahlen, Landtagswahlen oder bei Volksabstimmungen auf der Bundes- oder Landesebene weder wählen noch gewählt werden. Und eine, die dazu gehört, das ist die ziemlich bekannte Rapperin Nura, die darf in Deutschland nicht wählen. Das hat sie im Podcast Deutschland3000 erzählt und der Grund ist, sie lebt zwar seit vielen Jahren hier, aber sie hat eben nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Es nervt halt einfach. Es nervt übertrieben. Vor allem nervt es, weil ich halt das steuert alles. Aber ist das was? Und nicht entscheiden kann, nicht mal wählen darf, gar nichts machen darf eigentlich. Für mein Geld bin ich gut genug so hier, aber alles andere wollen sie nicht von mir. Über Geld ja auch, alle Leute. Ich bin, glaube ich, als gewählt werden durfte, bin ich mit einer Freundin mit dem Auto rumgefahren. Das war, glaube ich, auch noch zur Corona-Zeit und dann haben wir halt die ganzen Leute, ey, geht wählen, geht wählen. Ich kann nicht wählen, du schon. Und das ist halt das Krasse, wo ich Leuten erkläre, ey, damit ihr mal einfach checkt, was für fucking Privilegien ihr habt. Du darfst wählen. Über mein Geld wird einfach entschieden, was gemacht wird, aber ich darf den Scheiß entscheiden. Dann kann ich ja wenigstens wohl die Leute irgendwie überreden oder beeinflussen und sagen, ey, mach das mal. Bitte geh auch für mich wählen, weil ich nicht wählen gehen darf. Das ist, glaube ich, auch so ein Gesetzeskonstrukt von gefühlt 1902. Ist in vielen Ländern so, aber das heißt ja nicht, dass es richtig so ist. Absolut nicht. Ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn du halt sagst, du hast einen gewissen Aufenthaltsstatus. Genau. Also die meisten haben ja dann irgendwann eh einen dauerhaften und wenn du Teil dieser Gesellschaft bist, also ich meine, Nura ist ja eigentlich das beste Beispiel, aber man muss jetzt kein reicher Rapstar sein, also es geht für normale Menschen sozusagen genauso. Finde ich das auch cool, wenn die einfach wählen dürften. Also nicht ab dem ersten Tag und so ist klar. Erstmal sozusagen, man muss dann schon dauerhaft hier leben und so weiter, aber sobald das, also sobald du eigentlich den Status erreicht hast, dass du hier schon länger arbeitest und eben wie sie sagt, auch Steuern zahlst und so weiter. Man muss nicht arbeiten dafür, aber wenn man hier länger lebt, ist es genauso okay. Also wenn man einfach Teil dieser Gesellschaft ist, dass man dann auch ein Wahlrecht hat. Haben übrigens, als ich da die Reportage gedreht habe und einfach so Leute angesprochen habe auf der Straße, da haben mir öfter Leute gesagt, ja, nee, ich gehe auch nicht wählen. Dann habe ich gefragt, ja, warum denn nicht? Ja, weil ich gar nicht darf. Ich habe keinen deutschen Pass und sind zum Teil darüber auch enttäuscht, dass sie das nicht dürfen und würden es gerne. Und das fand ich interessant, was Nura sagt, das ist ja genauso der Punkt, wir dürfen es und dürfen es schon immer und es wurde nie hinterfragt und deswegen wissen wir es nicht so wertzuschätzen. Ja. Und also wir könnten jetzt ja auch sagen, hey, wenn du vielleicht kein Problem selbst in deinem Leben hast, wo du sagst, da kann mir die Politik helfen und deswegen gehe ich wählen, dann kann man sich auch überlegen, was ist denn gesellschaftlich, was finde ich denn gesellschaftlich insgesamt für die anderen am wichtigsten und dann wähle ich halt das, wo ich so denke, ach, das könnte vielleicht anderen helfen. Das ist ja eigentlich ein ganz guter Ansatz. Hast du schon mal überlegt, nicht wählen zu gehen? Irgendwann mal? Nee, ich habe, ich war auf einer Schule, die, also es war jetzt kein Schulfach, aber wir wurden zur Demokratie sehr erzogen. Frau Stewig, wenn ich mich richtig erinnere. Schöne Grüße. Schöne Grüße, hat sogar einmal im, nee, nicht einmal im Jahr, aber regelmäßig musste die ganze Schule in die Aula, weil Frau Stewig erst mal erklärt hat, wie macht man eigentlich Demoplakate? Genau, dann haben wir gelernt, alles klar, das ist Demonstrieren. Warum gehen wir Demonstrieren? Weil wir ein Anliegen haben, was wir finden, was nicht richtig gut wiedergegeben wird. Alles klar, das ist auch ein Teil von Demokratie, dass du aufstehst und nicht vielleicht auch immer nur wartest, aber dann ist die Wahl und dann macht eine Partei vielleicht auch mal das, was ich will oder eben nicht, sondern auch proaktiv da mal reinzugehen. Deswegen, meine Schule meinte, du hast eine Pflicht auf Demonstrationen zu gehen, kann man auch sehen, wie man möchte, aber das ist deine Pflicht und wählen gehen ist deine Pflicht. Deswegen, genau, habe ich das eigentlich immer gemacht und irgendwann habe ich auch die Briefwahl für mich entdeckt. Das habe ich jetzt wieder verworfen, weil ich das immer so schön finde am Sonntag, aber irgendwann dachte ich mir, wann ist, ich bin ja tendenziell ein bisschen unorganisiert, wann ist das jetzt, wie war es? Dann schicke ich einfach den Briefwahl. Ich mache auch sicherheitshalber meistens Briefwahl, weil ich denke, ich weiß noch nicht genau, bin ich dann wirklich da und so weiter und ich möchte es nicht verpassen. Ja. Für alle, die ins Wahllokal gehen wollen, 8. Oktober 2023, Bayerische Landtagswahl und Hessische. Also wir müssen langsam zum Schluss kommen. Wir haben euch am Anfang der Folge die Frage gestellt, warum sollen wir überhaupt noch wählen und was würdet ihr jetzt darauf antworten? Also, weil wir diese Demokratie erhalten müssen. Es ist nicht selbstverständlich und sie kann sich selber zerstören und es ist, es kann auch wieder zurückgehen. Diese Errungenschaft, die viele für uns sicherlich auch blutig erstritten haben, müssen wir ehren und deswegen geht man bitte einfach mal wählen und man kann auch unzufrieden sein. Ich kann mich nur anschließen, also ich finde, ja, ich finde die Demokratie in Deutschland ist auch nicht perfekt. Ich glaube, sie kann auch nicht perfekt sein und vielleicht muss man sich dem einmal auch mal bewusst sein, also das perfekte politische System, in dem jeder und jede zufriedengestellt ist, das gibt es, glaube ich, nicht. Es ist ein Kompromiss und wenn man mit der Haltung rangeht, ist vielleicht schon so klar, okay, ich werde auf jeden Fall irgendwo enttäuscht werden. Das ist ein bisschen blöd, aber das ist so. Das ist wie als Kind an Weihnachten. Also die wenigsten Kinder haben an Weihnachten, glaube ich, ihren ganzen Wunschzettel. Bitte sprich nur für dich. Ja, okay, klar. Ja, genau. Die wenigsten haben das komplett erfüllt bekommen und trotzdem war es ein schönes Weihnachten, auch mit weniger oder anderen Geschenken. Und so ist es ja auch so ein bisschen. Und ich finde einfach oft, wenn ich so fatalistische Kommentare höre, wie wir auch hier einen hatten, so von wegen, das bringt dir eh alles nichts, die machen, was sie wollen und sind gelenkt und so. Dann denke ich so, ja, aber schwierig, was ist denn die Alternative? Also warum ist Nichtwählen besser? Also manchmal kann man es auch andersrum drehen. Warum, was erreicht Nichtwählen? Und da findet man, behaupte ich, gar nicht so viele kluge Antworten, weil im Prinzip bist du dann raus. Das heißt, andere entscheiden für dich mit. Deswegen ist doch das Bessere, zumindest näherungsweise, das zu nehmen, was du richtig und wichtig findest. Weil diese kleine Macht, die haben wir in der Demokratie oder dann auch gerne noch mal, um sich der Bedeutung klar zu machen, entweder ein Geschichtsbuch aufschlagen, so, wir haben ganz dunkle Kapitel da drin, kann man auch sehen, okay, was danach eigentlich, was wir erreicht haben als Gesellschaft. Ich meine, da stehen wir heute und das müssen wir irgendwie verteidigen oder guck auf die Welt. Guck auf die Welt, wo sie sich leider die Köpfe einschlagen müssen, um sich sozusagen demokratische Rechte zu erkämpfen und zwar blutig. Ich meine, guckt euch die Nachrichten an, guckt es euch an und merkt, wie gut es uns dann am Ende bei allem, was hier auch schlecht ist, geht und das mit einem kleinen Kreuz auf dem Wahlzettel verteidigen zu können, in gewisser Weise, das ist viel wert und wenn man richtig böse ist und frustriert und sagt, es muss sich aber viel mehr ändern, dann ist man hier doch auch herzlich eingeladen, dafür ist es eine Demokratie, selbst was zu tun, auf die Straße zu gehen, in eine Partei zu gehen, eine Initiative zu gründen, in einen Verband zu gehen, etwas zu tun. also und deswegen, das sind alles mehr Gründe, sozusagen sich aktiv zu beteiligen, als einfach passiv zu sein, weil wer passiv ist, wird nicht gehört. Amen. Naja. Und Tegel-Röppern? Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall, auf keinen Fall diese Wohlstandsprojekte. Ah, it was a love. Ja. Danke für euren TED-Talk. Ja, gerne. Sehr gerne. Ja, ich hoffe, es hat euch da draußen auch gefallen und wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen, lasst mal ein Kombi da, wenn das geht auf der Plattform, wo ihr uns seht oder hört. Ich nehme gerne sehr viele Sterne an. Ja, Sterne nehmen wir natürlich auch gerne und wenn ihr Kritik habt, gerne auch äußern, wir wollen uns auch gerne weiter verbessern, wir sind da auch sehr demokratisch unterwegs. Absolut. Also wenn ihr alle sagt, ihr wollt das oder jenes, dann wird das vielleicht gemacht. Über die Themen entscheiden allerdings nicht wir, das macht die Redaktion und die überrascht uns immer. Also ihr könnt der Redaktion, nicht uns, wir lesen das dann auch nicht, weil wir dürfen es ja vorher nicht wissen, der könnt ihr aber auch Themenvorschläge und Wünsche schicken. Und wenn euch interessiert, wie queerfreundlich eigentlich die Wahlprogramme der bayerischen Parteien zur Landtagswahl sind, dann hört doch mal bei unseren KollegInnen, Demi und Sophia vom Queeren Podcast Willkommen im Club von Puls rein. Gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und unseren Podcast, den gibt es ab jetzt, jeden Donnerstag neu. Autorin der Folge war Kathi Geschirr, Redaktion hatte ich Mila Hahner. Und Präsidentschaft. Auch das, auch das. Für Schnitt, Produktion und Kamera war Matthias Almer verantwortlich, Grafik Eva Barreuther, Veronika Grenzebach und Lea Tanzer und Sounddesign hat gemacht Enno Rangnick und Benedikt Wiesmeier. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schickt sie uns gerne an duoinformale at br.de per Mail. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Mila, wegen den Feiertagen, die dann neu im nächsten Jahr in der Präsidentschaft, da komme ich später noch auf dich zu. Aber kein Tegel bitte, kein Tegel präanimieren. Tegel rückbaut jetzt.